Herzlich willkommen zum Matt-Rätsel vom 15. März 2022. Schwarz ist dran und setzt in zwei Zügen Schach-Matt. Zwei Züge. Man kann auch in drei, vier Zügen Schach-Matt setzen, aber das schnellste Matt, versuch das mal zu finden. Das lautet Springer E3 Schach, König G1 und jetzt Dame schlicht H2 Schach-Matt. Man kann hier auch mit Dame H3 beginnen. König G1, Dame schlicht H2, König F1. Aber Vorsicht, die weiße Dame deckt hier diese Felder und der Turm deckt dieses Feld. Das heißt, hier ist Springer E3 Matt, aber das ist Matt in drei Zügen. Das ist der Unterschied. So, ich hoffe, ihr habt es alle gefunden und bis morgen sage ich dann. Tschüss.